Guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Sachsen-Derby in der DEL 2 zwischen den Dresdner Eislöwen und den Eispiraten Krimetschau. Endstand 3 zu 2 nach Verlängerung für die Dresdner Eislöwen. Ich begrüße die beiden Trainer am Podium. Für die Dresdner Eislöwen ist das Andreas Brockmann und für unseren Gast aus Krimetschau Mario Richer. Mario, dein Statement zu dem Spiel bitte. Ja, ich denke, es war ein guter Spiel als derby, wenn man in der Dresdner endet in der Dresdner Eislöwen. Es ist spannend für die Fans von beiden Teams. Wir beginnen gut und nachdem die zwei Penaltys geändert hat, die Momentum für Dresden. Wir wissen, dass sie eine gute Powerplay haben, sie eine gute Spieler auf dem Spiel. Wir können nicht auf die Penaltys gegen sie gehen. Sie sind sehr stark. Aber nachdem wir zurückgekommen, in der zweiten Zeit, wir arbeiten. Das ist das, was ich für die Spieler, die Spieler zu arbeiten. Wir müssen weitergehen, ich hoffe, dass wir wieder zurückkommen. Das ist das zweite Mal, dieses Weekend, dass wir zurückkommen, von der Dresdner Eislöwen. Wir arbeiten. Ich bin stolz von meinen Spieler. Wir haben nicht so viele Spieler, ich habe vier Leute, die auf der Dresdner spielen, mit allen Anfängen, also ich bin stolz von ihnen. Ich habe heute eine Oberleger-Third-Line, die sehr hart arbeiten, junge Spieler. Aber das ist das, was ich für sie geholfen habe, um zu arbeiten und zu arbeiten. Und zumindest sind wir froh, dass wir ein Punkt haben, gegen das gute Dresdner Eislöwen. Im Dresdritt ist man gut zurückgekommen. Durch sehr, sehr viel Arbeit hat man sich zurückgekämpft in das Spiel und das trotz der wenigen Spieler. Man hat ja einen Angreifer in der Verteidigung eingesetzt und dazu die dritte Reihe, die fast nur aus Oberligaspielern bestanden hat. Die haben sehr, sehr gut gearbeitet. Das macht ihn stolz, dass man dann auch zumindest noch einen Punkt mitgenommen hat hier aus diesem Derby. Andi, dein Fazit zum Spiel. Ich sage mal, für die Aufholjagd ist es in Richtung Playoffs vielleicht ein Punkt zu wenig, aber ich glaube, wie am Freitag schon, ein guter Auftritt, der so ein bisschen für die Moral auch ganz gut ist. Auf alle Fälle, aber ich habe gerade zu Patrick gesagt, zu meinem Kodreiner, vielleicht ist der eine Punkt Gold wert, weil wir sind zwar immer noch acht Punkte hinten, es sind aber noch elf Spiele und wir haben ein sehr schlechtes Torverhältnis. Und vielleicht ist der eine Punkt, wer dann noch Gold wert. Aber zum Spiel, ja, wir sind rausgekommen und bis gleich 1-0 in Rückstand. Durch eigentlich keine Chance, das tut natürlich weh. Ich glaube, wir sind dann besser ins Spiel gekommen, aber man sieht halt auch, warum wir die wenigsten Tore in der Liga geschossen haben. Ich glaube, wenn wir vier, fünf Einzelnen am ersten Drittel führen, kann keiner was sagen. Mit Sicherheit hat der Torver sehr gut gehalten, aber da müssen wir halt auch mehr hungriger sein und kaltschnäuziger. Im zweiten Drittel haben wir dann, ja, haben wir ein bisschen die Geduld verloren, waren wir 1-0 hinten. Dann sind wir eigentlich ein bisschen vom Weg abgekommen. Es war dann zu viel rauf und runter. Wir haben zwar das 1-1 dann geschossen, aber wir haben viel zu viele Chancen hergegeben gegen Grimmitscher. Wir haben selber auch gute Chancen gehabt, aber wir sind eigentlich ein bisschen vom Plan weggekommen. Das letzte Drittel war dann eigentlich in Ordnung und man muss auch die Situation nicht sehen mit so vielen Spielen und Reisen. Wir sind am Samstagmorgen wieder um 5. nach Hause gekommen, reisen übermorgen wieder weg, kommen wieder um 5. nach Hause. Es ist sehr, sehr schwer, dass man da noch Energie findet. Aber, ja, wir haben das 2-1 geschossen und die Strafe gekriegt und haben einmal nicht aufgepasst und es ist 2-2 gefallen. Aber wir haben uns nicht aufgegeben und haben weitergearbeitet. Dann haben wir in Norbertheim das 3-2 geschossen und es ist natürlich ein Derbysieg, ist immer schön. Und wie gesagt, schauen wir nach 52 Spielen, vielleicht ist der eine Punkt Gold wert. Die Punktejagd soll natürlich weitergehen. Du hast es schon angesprochen, am Dienstag wieder eine Weiterfahrt nach Frankfurt. Da waren wir am Freitag erst. Einstellung aufs Spiel wird genauso sein wie vor dem Freitag, weil man den Gegner gerade erst gesehen hat? Ja, Einstellung, die gleiche. Ich hoffe nicht, dass wir 3-0 hinten sind. Aber das sagt bei uns gar nichts. Aber wir haben eigentlich sehr gut angefangen in Frankfurt und hätten auch 3-0 in Führung gehen können. Aber wir werden uns genauso vorbereiten wie zu jedem Spiel und dann geht es auch weiter. Die Fahrt kommen mittlerweile. Am Dienstag sind wir in Frankfurt, am Donnerstag sind wir dann in Nauheim. Das ist eigentlich, wir kennen Deutschland in- und auswendig in letzter Zeit. Aber es ist so, wie es ist. Wir müssen es nehmen und wie gesagt, unser Fokus zählt ganz auf Dienstag. Und wir werden alles versuchen, dass wir in Frankfurt wieder etwas holen. So sieht es aus. Und dann schauen wir vielleicht noch zum Abschluss auf die Ergebnisse und Zwischenstände aus den anderen Spielen. Endstand. Bietigheim unterliegt Bad Tölz mit 0 zu 5. Ravensburg gegen Freiburg, da steht es 3 zu 3. Es geht ins Penelti schießen. Kassel schlägt Weißwasser mit 4 zu 2. Landshut verliert gegen Kaufbeuren mit 3 zu 4. Bayreuth unterliegt Bad Nauheim mit 2 zu 5. Und Heilbronn Frankfurt, da stand es in der 27. Minute 1 zu 0 für Heilbronn. Vielen Dank an euch beide. Thank you, merci. Safe Travels Home. Vielen Dank. Schönen guten Abend.